War das Nach-Energy? Oder war das Vor-Energy? Nein, das war Nach-Energy. Germania. Kennst du das? Das ist ein Interview, ne? Ja, das ist ein Interview-Format und das ist halt der absolute Money-Shot, wie man sieht. Und Bart ist ungefähr gleich geblieben, würde ich sagen. Das ist doch ein hammer Foto. Das ist ein sehr schönes Bild. Und es hat auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir das zu drehen, weil ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Aber die haben halt gefragt und normalerweise machen die halt viele Rapper oder so andere Leute, ich sag mal bekanntere Leute. Und das war so das erste Mal, dass sie das so mit einem E-Sportler gemacht haben, soweit ich weiß. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr, wir sind so ins Museum gegangen für Spiele und es ging um Integration und sowas. Also guckt es euch auf jeden Fall an. Ein sehr gutes Video dauert nicht lang, geht immer ein paar Minuten und ich denke, Bart war okay. und Money-Shot sitzt. Also du bist wie so ein guter Wein, du wirst Jahr für Jahr besser. Ich glaube, ich werde immer hübscher, Alter. Schreib es mal in die Kommentare. Also bei dir wachsen auch die Haare, aber bei mir ist es einfach vorbei. Ich werde älter, die Haare fallen aus. Weniger, aber hier ist es noch wenigstens stabil. Vielen Dank.